Hallo und willkommen zurück bei Trine. Wir sind immer noch in den Heartland-Minen und werden unseren Weg jetzt fortsetzen durch irgendwelche Viecher, die aus der Hölle spawnen und diese Räder, die ich hasse. Hass. Also wirklich hasse. Das war das schlimmste Level, was ich hier je gespielt habe mit diesen schönen Rädern. Reicht das? Ja. Wow. Wow. Nein, 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 nein. Bleib drauf, bleib drauf, bleib drauf. Jetzt habe ich ein Problem, weil ich mit ihm jetzt hier rüberspringen muss, ohne irgendeine Lebensversicherung. Nein! Und es ist unmöglich. Es ist einfach nicht möglich. Das ist mir echt... Ist mir das schon mal passiert? Bin mir da nicht so sicher. Wow. I hate that. Really. I just hate it. So. Okay. Wir sind... Weh, 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 weh. Was wollte ich sagen? Wenigstens sind wir relativ schnell wieder hier. Und können hier uns weiter vergnügen mit diesen hübschen kleinen Rädern. Das da unten will ich jetzt nicht. Da wäre ein grünes gewesen. Stellt euch vor, ich würde es holen. Ich klemm's mir jetzt. Ich habe nämlich so schon keine Lust auf alles, was jetzt hier noch passieren kann. Wie auf dich. Dass du mir jetzt gleich meine Stabilität hier raushaust. Genau so. Wow. Okay. Ja, ich habe es euch ja gesagt. Ich mache... Oh, da ist Gesundheit. Schnell die Gesundheit holen. Checkpoint und Gesundheit. Okay. Ich habe es euch gesagt. Ich mache es... Ah! Gut, dass ich beim Checkpoint war. Aber ich habe euch gesagt, ich mache es so, wie ich es letztes Mal gemacht habe. Und dementsprechend werde ich jetzt auch hier runterfallen und sterben. Scheiße. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Spring. Okay, ich habe es mir geholt. Ich habe es euch versprochen. Ich habe es mir geholt und jetzt gehe ich weiter und... Oh, Mann. So. Jetzt wird es lustig. Da oben ist eine Kiste, die habe ich mir schon geholt. Hier ist ein Rädchen. Also so ein Ding auf Rädchen. Ist auch gar nicht verrostet oder so. Ist quasi wie neu. So, und das können wir dann da ran machen. Und dann können wir da rüber. So. Wackelt auch gar nicht. Ist super. Voll toll. So, jetzt kann ich erstmal hier hin und den Checkpoint einsammeln. So, und hier habe ich jetzt Folgendes bekommen. Und zwar eine Fähigkeit. Diese Fähigkeit, die ich noch nicht skillen kann. Ich will sie skillen. Gib mir Skillpunkte. Und zwar kann ich ein Dreieck malen. Das konnte ich auch vorher schon, aber da ist nichts passiert. Und jetzt passiert dieses. Und dieses Ding kann in der Luft schweben. Und ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, wenn man das noch nie vorher gesehen hat und dann auf einmal so ein Ding vor die Nase gesetzt kriegt und sagt, ja, bau dir mal deinen Weg selber mit diesem Teil. Da kann man super viel zu kommentieren, weil man auch überhaupt nicht konzentriert sein muss oder so. Weil dieses Ding ja auch nicht wackelt. Auf keinen Fall. Also das ist ja voll, voll stabil. So, da unten wären zwei Grüne gewesen. Ich habe in der ersten Aufnahme wirklich überlegt, ob ich mir das hole, weil dieses Dreieck mir wirklich suspekt ist. Ah, genau deswegen. Ja. Okay. Ähm, weil es mir wirklich suspekt ist. Aber, wie gesagt, ich mache das. Luma promised. Ich habe es heute ein bisschen mit Englisch. So. Ah, das war knapp. So. Geht das? Es geht. Und zurück. Jawohl. So. Jetzt brauche ich dieses beknackte Ding nämlich hier oben. Ich mag es einfach nicht. Also es macht das Spiel unglaublich vielseitig, aber es ist einfach schwierig. Ich finde es wirklich einfach nur schwierig. Okay, ich könnte es mir auch sparen mit dem Dreieck. Geht auch so. Habe ich vorher nicht rausgefunden. Bin ich jetzt stolz drauf. Freut euch mit mir. Okidoki. Und dann rein ins Getümmel. Dopp. Ach ja. Hier war was. Mit lauter Sachen, die kaputt gehen können. Ganz, ganz ätzend. Genau deshalb. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schon wieder so viele Gegner. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie Gegner nicht vielfältiger gestalten. Sammel das. Verdammt. Bringt mir nicht viel, wenn ich jetzt hier unten festklucke, weil hier unten... Ah, genau. Genau so was passiert, dass dann halt viele, viele Gegners hier rumlaufen. Und mich von oben angreifen. Und von oben angreifen ist in diesem Spiel denkbar schlecht. Okay. Wie nervig. Stirb, du kleines, doofes Dings. Ha! Habe ich dich tot gehüpft. So. Jetzt, jetzt, jetzt dichter. Dichter möchte ich eigentlich kurz im Prozess mitmachen, was nicht geht. Ha! Na. 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 Verdammt. Jetzt wollte ich wieder was cooles machen, aber es ist natürlich reichlich schief gelaufen. Ah, scheiße. Ich bin gleich tot. Immer diese vulgären Ausdrucksweisen. Komm her. Komm her. Nein, du hast kein Schild. Danke. Du brauchst kein Schild, weil du eh tot bist. Gesundheit. 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 Kein Spawn. Kein Spawn. Gesundheit. Gesundheit. Oh, verdammt. Es werden auch nicht weniger. Bogenschützen. Totkisten. Ich kiste dich tot. Gucken. Yay. Und. Und. Aua. Yay. Jawohl. So. Theoretisch könnte ich es jetzt drauf anlegen. Ey, aber in diesem Level. Das ist das krasseste Level, was ich gespielt habe bisher. Und ich könnte es jetzt drauf anlegen, alle Errungenschaften zu kriegen. Dazu müsste ich jetzt noch. Ich habe ja schon einen Tod gehüpft. Ähm. Nein, ich habe keinen Ritter mehr. Damn. Verdammt. Du bist über mir, falls du es nicht merkst. Okay. Kannst ruhig da bleiben. Ist kein Ding. Bin ich zufrieden mit. Ich müsste jetzt mit der Diebe noch jemanden, ähm... Ach ja. Hier war wieder eine Bastelei. Ich bastel mal was. Und erzähl was. Ähm. Dazu müsste ich jetzt mit dem Tricksprung der Diebe noch jemanden... ...umspringen. Quasi. Also. Weiß nicht, wie der Tricksprung geht. Ich habe keine Ahnung. Aber. Aber. Das war jetzt ein sehr schlechter Tricksprung. Das war ein Trick-Fail. Quasi. Trick-Fall. Ha. Witzig. Okay. Okay. Ähm. Shit. Ach. Mensch. Was hängst du denn hier an so einen doofen Stellen auch so lange rum? Hä? Ist überhaupt was drauf, du? Ja. Ich rede mit mir selber. Das haben Let's Player so an sich, dass sie mit... Aua. Dass sie mit sich selber reden. Habe ich gehört. Weiß nicht, ob es stimmt. So. Ähm. Und zwar... Wie geht das? So. Und jetzt machen wir ein Dreieck. Nein. Ein Dreieck. Weißt du was? Ein Dreieck. Das ist mit Dreiecken so. Weißt du? Nein. Du schmeißt mich jetzt hier nicht runter. Grrrr. Okay, ganz ruhig. Bei der ersten Aufnahme lief's viel besser. Klingt nach einer dummen Ausrede. Ist es aber nicht. War wirklich so. Aber da habe ich eben kaum gesprochen. Daran wird's gelegen haben. Ein Dreieck. Drei Ecken. Eins. Zwei. Drei. Eins. Zwei. Drei. Merci. Jetzt muss ich da nur noch raufkommen. So. Da komm's rauf. So. Und hier gab's dann so Dinger. Ich hab gesagt, ich sammle sie alle auf. Das mach ich. Ob ihr wollt oder nicht. So. Ich hab sie nämlich auch so alle aufgesammelt. Okay. Checkpoint. Sehr gut. Sehr gut. So. Ich hoffe, das war der letzte. War's natürlich nicht. Okay. Die möchte ich noch. Danke. Womit hat er mich jetzt getroffen? Er hat gerade kein Feuer gespuckt. Oder Feuer ge... Was auch immer er damit macht. Wirklich spucken kann man's ja nicht nennen. Wer hat denn ne Fackel? Das ist ja schon mal. Also Feuer speien können sie nicht. Das könnte ich auch. Gib mir mal die Fackel. Bitte. Gesundheit. Jetzt weiß ich auch nie, wie ich gerade die Gesundheit gekriegt hab. Ohne dabei Schaden genommen zu haben. Okay. Nochmal Gesundheit. Sehr gut. So. Dann. Äh. Wippen. Ich mag keine Wippen. Einmal drauf. 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 Okay. Da unten waren drei grüne Dinge. Wegen diesen drei grünen Dingern muss ich jetzt nochmal hier rufen und muss dann wieder da rauf. Drauf. Drauf. Vergiss es. Okay. Ich glaube, ich wäre eh nicht richtig raufgekommen. Irgendwie so weit kriegt man die Wippe gar nicht runtergezogen. Ach, spring doch rauf. Och Mann. Also so oft bin ich jetzt noch nicht gestorben. In keinem Level. Auch nicht hier. Das war jetzt doof von mir. Das war richtig doof. Ihr könnt ruhig sagen, dass ich doof bin. Ich verstehe das. Ich glaub's ja selber. So. Ähm. Jetzt weiß ich nicht, was hier kam. Ah, ich glaub, ich glaub, ich bin schon fertig. Ladida. Und obwohl... Och, Mensch. Und obwohl ich so oft gestorben bin, ging es schneller als beim ersten Mal. Logischerweise. Weil ich alles schon kannte. Ich kannte das schon. Ja. Ich hab geschummelt dieses Mal. So. Ich wollt's euch einfach nicht zumuten. Und deswegen bin ich jetzt hier mit durch. Der kleine, dickere Ritter schaut sich um und sagt, Tödelü, bis zum nächsten Mal. Och. Okej. Danke. Vielen Dank.